Ui, guck mal hier. Oh je, hier ändert's ganz gewaltig. Oh ja. Nicht gut, nicht gut. Ah, cool, witzig. Guck mal, da sind so Augenkäse. Oh scheiße. Hallo Käsebrotfreund. Hallo Timsche. Hallo liebes Publikum. Du bist nicht gemeint. Ähm, oder? Was? Er, hier. Er, nee, nee, er ist nicht unser Freund. Und er ist auch nicht gemeint, nee. Nee, auf keinen Fall. Aber gemein war, was da hinten abgegangen ist, oder? Ja, in diesem roten Ding da. Und was war das für ein Typ, hey? Das war voll das Massaker, Alter. Das war voll das Monster, war das. Und wir haben, also ich meine, so konsequent auf die Schnauze bekommen, haben wir, glaube ich, noch nie, ne? Na, das war schon eine heftige Nummer, Käse. Ja, also ich meine, das ein oder andere Mal haben wir schon kassiert, aber das war natürlich schon prächtig, ja. Das war schon richtig vom Allerfeindsten. Du bist tausendmal gestorben, ich nicht, aber ich habe irgendwie, mein Schwert ist kaputt. Ich habe jetzt dein kaputtes Eisenlangschwert hier. Aber das ist schon voll am Sack. Ach so, damit konnte man doch so hüpfen, genau. Ja, deswegen war das eigentlich ganz cool, obwohl das nie funktioniert hat. Das hat nie funktioniert. Aber es sieht cool aus, mach nochmal. Oh ja. Poink, da geht das. Alter, wow. Ja, du musst nur wissen, wie es geht, hä? Äh, ja. Tübsche. Und mit dem Boot, ich habe natürlich auch die Cloud Boots an, ja? Okay, meine sind ja kaputt. Ja, genau, deine sind kaputt. Okay, jetzt haben wir, also ich habe dir schon mal zwei Rucksäcke wieder zurückgeworfen. Oh, ich habe ja hier noch so einen kaputten Diamant in deinem Helm. Ja, ich habe hier auch so einen Chain Leggings Fire Protection 2 angezogen, damit ich irgendwie ein bisschen schütze. Okay, warte mal, ich habe hier noch eine, ich habe hier noch eine diamantene Rüstung. Oh. Guck mal da. Wo hast du die her? Ich weiß nicht, die ist, also ich, ist wahrscheinlich deine. Hast du, ich habe hier noch einen eisernen Helm im Rucksack. Oh, Helm wäre auch nicht schlecht. Ja, okay. So, ich glaube, das war es jetzt, was ich an, ähm, an Rüstung hatte. Okay. Ja, 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 jetzt sind wir wieder ausgestattet. So. Okay, also ich würde sagen, diesen miesen Scheiß Battle Tower, also der kann mich echt mal gepflegt. Sollen wir den abreißen? Abreißen, wie willst du das machen? Sprengen. Sprengen. Und wir graben uns von unten dran und dann machen wir ordentlichen Kabums. Wie die Mineure irgendwie. Wie die Mineure, ja, nur leider funktioniert das ja nicht, ja. Gut, wir könnten natürlich ordentlich TNT legen. Haben wir, haben wir irgendwie daheim TNT? Okay, ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Aber wir haben ein bisschen Gunpowder bestimmt. Ja, vielleicht können wir welches machen. Können wir mal ausprobieren, ne? Aber, ja, was meinst du? Also ich habe jetzt erstmal hier genug davon, von dem Scheißding. Und wir haben auch, huch, was hast denn du dafür? Ich versuche hier gerade mal die Map irgendwie. Okay. Aber irgendwie scheint die Map ein bisschen, ach guck, die brauchen nur eine Zeit. Oh mein. Um Gottes Willen. Was ist denn das? So, also da ist unsere Heimat. Da ist Heimat, ja. Und da sind wir. Wollten wir nicht, wo wollten wir eigentlich, wir wollten da unten. Irgendwohin, oder? Ja, eigentlich so Richtung hier so. Also, weil hier war ja ein Haufen Kram. Ach, hier stimmt, genau. Und wir haben hier so eine Burg niedergemetzelt. Und dann gab es noch eine zweite. Und hier gibt es noch einen Vulkan. Und dazwischen gibt es auch noch jede Menge Burgen. Und irgendwie sind wir halt über diesen roten Battle Tower gestolpert. Ja, das war noch nicht so gut. Aber guck mal da, die Sonne geht voll unter. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt einfach verkrümmeln und nach Hause gehen? Ja, definitiv. Mal unsere Rucksäcke entleeren und so. Ich glaube, du läufst in die falsche Richtung, Käse. What? Mhm. Wir müssen hier lang. Da so hoch. Also so hier. Hier so hoch. Hier so da. Hier so da. Hä? Wo? Wo bist du denn, Käse? Hier. Hier drüben. Hallo. Links. Ich folge dir einfach. Ja, folge mir einfach. Ich folge dir einfach. Ich dachte jetzt, ich war jetzt total sicher, dass es hier lang geht. Total sicher, ehrlich gesagt. Total sicher? Ja, wirklich. Also meine Karte funktioniert irgendwie gar nicht, leider. Vielleicht braucht die noch einen Moment. Ja, ich kann jetzt nicht eine halbe Stunde auf dem Bildschirm starten. Oh, warte, weißt du? Oh, Käse, 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 Käse. Oh, Dimensionstüre, hallo. Oh, ho, 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 ho. Okay, hier ist eine Dimensionstüre. Cooler Scheiß. Also, ich mache uns mal Huls und... Ach, ich vollidiot. Oh, Mann, ich bin so blöd. Ach, ich wollte Kisten machen. Jetzt habe ich fünf Crafting Tables gemacht. Sehr gut. Sehr gut, Käse. Okay, ich stelle die alle mal hier auf, nur so zur Sicherheit. Die fünf Crafting... Das ist ganz hervorragend für den Fall, dass wir Lust haben, mal was zu craften, können wir uns einen aussuchen, Käse. Ja, ganz genau, ja. So, okay. Ich wollte jetzt nur ein paar Kisten machen. Damit wir unseren Kram da reintun können. Ja, ich meine, weißt du, oder? Ich meine, es muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass wir jetzt hier alles verlieren. Nee, das stimmt. Können wir zumindest mal unsere Rucksäcke reintun. Ja, genau. Halt einfach so den wichtigsten Scheiß. So, bum, bum und... Das werfe ich da mal raus. rein und vielleicht das und das und schwert nämlich mit. Was ist das? Scale. Keine Ahnung. Werfe ich da auch mal rein. Das Ding und... Oh, den Hammer auf jeden Fall. Auf jeden Fall den Hammer. Walker's World. Ich habe keine... Zombie Head. Reiner mit. Slime Ball kann man nie zu viele haben. Ich habe irgendwo ein bisschen Pfeile oder so. Das sind Fackeln, cool. Ich habe ja noch hier ohne Ende Pfeile. Ich könnte auch mal mit dem Bogen rund schießen. Das kann ich aber nicht. Ja, wir haben keine... Du hast Pfeile, oder was? Ja, ja. Ach, super, ja. Ich habe nämlich nur noch vier. Brauchst du welche? Ja, ja. Genau, deswegen sage ich es ja. Äh, warte. Wie kriege ich die Hälfte von denen? Rechtsklick. Ach, ja. Hi, yo, Timsche. Hi, yo. Hier liegen Pfeile. Ja, okay. Tausend Dank für diese Pfeile. Oh, jede Menge Erfahrungspotions. Wo habe ich denn die? Keine Ahnung. Bottle-O-Enchanting. Brauche ich aber nicht. Will ich auch nicht. Weg mit dem Scheiß. Also. Ähm, Sekündchen, Sekündchen. Ah, das Walker. Ah, okay. Hm, vielleicht mache ich mir noch so ein lumpiges... Ah, warte mal. Ich habe irgendwo noch Diamanten. Ah, nee, ich mache mir ein lumpiges Eisenschwert, oder? Genau, komm, das reicht doch. Ich habe so ein Nussword. Das sieht sehr cool aus mit dem Auge. Ja, das sieht ganz schön cool aus. Jetzt aber Vorsicht, sonst verletzt sich noch jemand hier. Er ändert es irgendwie so ganz merkwürdig. Der ändert es so herum. Ja, ja. Ja, da flunkert irgendwas, ja. Okay. Nein, egal. Verrückter Scheiß. Verrückter Scheiß. Okay, ich habe jedem mehr Brote. Sehr gut. Ich habe aber nur zwei Kobbels. Brauchen wir nicht noch irgendwie... Haben wir nicht irgendwie ein bisschen Schlumpi irgendwo hier? Hast du noch Holz oder so? Nee, auch nicht, nee. Ich gucke mal hier kurz. Rucksack ist da irgendwie Schlumpi drin. Da sind Quicksands drin und Sand. Das ist natürlich super. Aber das ist jetzt nicht das, was wir wollen, gell? Nee, nicht zwingend. Okay, ist hier, da ist ein bisschen Acacia drin. Also Akazie, die nehme ich mal mit. Ist okay. Oh, Mist. Guckst du, hältst du mir die Rücken frei? Ja, ja. Ich hau hier mal in der Zwischenzeit noch einen Baum um. Achso, ich habe auch eine Axt übrigens. Guck mal. Ja, das macht nichts. Er ist ja gleich. Achso. Nee, dann kannst du nicht recapitaten. Ja, komm. Das geht nur mit Axt, oder? Ja, ja. Siehst du, siehst du. Achso. Das geht doch nur mit Axt, Mensch. Verstehe, verstehe. Kerle, Kerle. Das wusste ich nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Jetzt weißt du es, ja. So, also ich nehme noch ein bisschen Holz mit auf ihn. Okay, ja, das ist auch nicht verkehrt. So, ist hier noch was drin? Nee. Ah, hier ist jede Menge Rasen drin. 50 Leitern. Ach komm, ich nehme mal ein bisschen Leitern mit. Ja, nehme mal ein paar Leitern mit. Genau, und hier die Chocopedia. Nee, die nicht. Doch, damit wir was zu lesen haben, es langweilig wird. Mensch. Ja, aber dann fehlt uns die wieder, wenn wir irgendwelche Schokobrus irgendwie in Angriff nehmen wollen. Ja, ja, das war auch nur ein Spaß, weißt du. Achso. Das war ein Spaß. Ich verstehe doch keinen Spaß. Ja, ich weiß, ja. Achso, jetzt wollte ich hier schon mit F5 irgendwie kurz quick save, gell? Ja. Vollidiot, okay, tschüss, macht's gut. Ich bin raus. Ich bin drin. Herzhaft. Oh Gott, jetzt ist es weg. Nee, oder? Doch. Ich glaube, ich kann nicht mehr rein. Hast du es kaputt gemacht, Käse? Ich weiß nicht. Also, ich kann jetzt wieder raus, natürlich. Kann man da nicht zu zweit reingehen? Das wäre Bullshit. Das scheint kein stabiles Tor gewesen zu sein. Ich kann mal wieder raus, vielleicht geht es mal wieder auf. Um Gottes Willen. Ja, hier ist... Hier ist... Hier ist... Soll ich mal reingehen? Ja, ja, geh doch mal, ja. Ja, da ist doch Türchen. So, schwupps. Ah, okay. Puh, ha. Und auch da, guck. Okay. So. Was geht denn hier? Was geht denn hier ab? Sag einmal. Da drüben ist eine Kiste, Kiste, Kiste. Und hier wartet wahrscheinlich das Nichts auf uns. Ich glaube, da kann man drüber laufen. Ja, bitte nach dir. Äh. Oh ja, man kann. Ja, ja. So. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, weil diese Scheiße ist voll mit lauter Fallen und Mist. Also ich, wahrscheinlich fliegt uns das jetzt um die Ohren, wenn wir hier versuchen, irgendwie ein Brot oder so aus der Kiste zu holen. Hm, es hat einen Sattel. Ehrlich? Sattel, Strings und ein bisschen Eisen. Und ein Enchanted Book. Das freut. Ja. Das freut mich doch zu hören. Und zu sehen. So. Ich bau mal ein bisschen Stein ab. Mach das. Okay, da ist eine weitere Tür. Sollten wir da mal rüber gehen, Käse? Hallo? Was ist hinter der Türe? Weiß ich nicht. Ich kann da nicht hin. Ich kann da nicht hin. Was ist denn los? Da ist nichts. Da ist nichts? Ja, das sind so schwarze Blöcke halt irgendwie. Kannst du abbauen. Siehst du? Oh, äh. Hä? Ich habe gerade vorum gehämmert, aber... Hallo? Was sieht hier was? Oh ja, doch. Tatsache. Wenn da welche sind halt, dann geht das. Ansonsten geht das nicht. So, ich spring mal hier rein. Ja, gut, tschüss. Ui, ui, ui. Was bist du? Nee, du bist nicht wieder draußen. Okay. Ähm. Komm mal her. Aber pass mal auf. Hier ist so eine Pressure Plate. Ja. Und, willst du drauf? Nicht zwingend. Ehrlich? Hier ist Gitterkram. Was hast du gemacht? Oh Gott. Ah, ich picke hier nur so ein bisschen rum. Ah ja, du hast da irgendwas. Guck, da sind Pistons, ja. Die matschen dich da wahrscheinlich zer. Die hätten uns dann gematscht. Oh nee, da ist was aufge... Ach ja. Guck mal an. Nee, da geht was auf. Das ist eine Geheimtüre, ey. Ui, oh je. Okay, du plünderst dich. Bleib drauf, damit du, damit du wieder rauskommst. Okay, Kiste 1. Oh, ein Riftblade. Na super. Das ist cool. Und, oh, hier der Stoff der Realität. Fabric of Reality. Und Chestblade Bones. Ach ja, man nimmt halt auch jeden Scheiß mit. Wattenflash. Das, was jetzt nun wirklich da. Eine Dimensionstüre. Ja super. Melonensamen. Ich bin glücklich. Und eine Platte. Sehr gut. Und hier in der Perle drei Gunpowder. Strings, Melon. Ach, noch mehr Melonensamen. Bisschen Lapis. Gut. Okay. Gut. Cool. Ich bin total... Ah, guck, hier ist auch so ein... Hilfe. Danke. Ah ja. Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft. Gott sei Dank, Alter. So, wir können hier rechts weitergehen. Da gibt es Gitter. 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 Gitter sind gut. Hier kommen wir ja nicht durch im Moment. Einen Knopf haben wir ja nicht dabei. Ich habe eine Pressure Plate dabei. Also theoretisch könnten wir sogar da durchgehen. Da könnten wir sogar... Oh, ficken. Entschuldigung. Was denn? Ich habe die Tür fast nicht abgebaut. Oh. Jetzt habe ich hier wieder Bubu gemacht hier. Warte. Okay. Okay, okay. Und? Nee, das war schon mal falsch. Oh, nein. Ich habe es kaputt gemacht, glaube ich. Ich blöde Ars. Ich habe es kaputt gemacht. Okay. Scheiße, das tut mir leid. Ja, egal. Ja, kacke. Das war hier bestimmt die beste aller Türen. War es bestimmt. Ich denke auch. Dafür kann man jetzt rauslaufen. Ui, guck mal hier. Oh je, hier ändert es ganz gewaltig. Oh, ja. Nicht gut, nicht gut. Ah, cool, witzig. Guck mal, da sind so Augenkäse. Oh, scheiße. Ein Monolith. Scheiße, ich bin irgendwo hin. Ich auch. Oh, das ist, ich glaube, wir sind irgendwo im Nichts gelandet, Käse. Wo bist denn du? Ich weiß nicht, ich bin, ich falle. Ich auch. Oh Gott, ey. Oh, ja, cool, ja. Oh. Ich bin gelandet. Aber wir sind im End, oder was? Nee, hier sind überall Monolithen. Also so Endermäßig sieht es nicht aus. Wo bist denn du, Tim? Ich bin bei 1208. Oh Gott, wir sind total weit voneinander entfernt, oder was? 1200. Ich komme auf jeden Fall zu dir, Käse. Du bist bei 800 oder so, ja? Ja. Okay, ich laufe auch in deine Richtung, pass auf. Wir finden uns schon wieder. Oh je. Und dann? Oh, fuck. Was ist passiert? Okay, ich bin voll den ab... voll den... Ich bin voll abgestürzt, aber... Ist gar nicht mehr so viel passiert. Hier sind so Monolithen. Oh, okay. Oh, scheiße. Starren die einen an, oder was? Ja, vor allem... Ja, schieß mal auf einen. Nee, besser nicht. Doch, dann passiert was. Ich weiß zwar nicht... Oh ja, ich bin jetzt woanders. Sieh mir einer an. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt bin, aber ich bin woanders. Oh ja, wenn man auf die schießt, dann wird man irgendwo... Oh Gott, ich glaube, ich fall schon wieder, oder... Ja, ja, aber fährt schon wieder, ja. Oh je. Das ist aber... Das ist mir nicht sympathisch, was hier gerade passiert, Käse. Das ist eher unsympathisch. Ich weiß vor allem nicht, obwohl wir jetzt irgendwo in derselben Welt sind. Okay, warte mal. 1141 bis zu... 35 bin ich. Aber es kann ja sein, dass wir in einer komplett unterschiedlichen Dimension jetzt sind. Ja, das wollen wir jetzt mal... Da wollen wir jetzt mal nicht von ausgehen. Ich bin 34. Und 118. Und 1133. Ich laufe in die falsche Richtung. Was ist die zweite Zahl? Z, oder was? Die zweite ist die Höhe. Die zweite ist egal. Also 1100 und 243. Ich will nur eigentlich in die... Okay, ich laufe in deine Richtung, theoretisch. Ja. Die zweite schlaufe ich in die Richtung, ja. Links steigt, rechts sinkt. Oh Gott, ich bin irgendwo runtergefallen. Ach, Tim Schirm. Oh nein. Was machst du mal? Ich bin... Hä? Du bist raus. Ich bin irgendwo rausgefallen. Irgendwo... Ja, cool. Ich bin direkt neben unserem Schloss. Yay! Ähm... Hier ist... Super. Hier ist so schwarzer Kram. Das freut mich. Herzlichen Glückwunsch, Tim Schirm. Wo bin ich jetzt hier? In welchem Scheißloch gelandet hier? Ich hab keine Ahnung. Ich bin hier voll im Nirgendwo nichts. Ach, bin ich froh. Hier ist so schwarzer Stein jetzt irgendwie. Ist wahrscheinlich... Ach, das sind Meteoriteneinschläge oder so, die da Löcher in die Dimension reißen oder so. Guck mal hier. Ich putze mal hier. Ah ja, okay. Ich bin einfach irgendwo in so ein Loch gesprungen. Okay. Oder ins Meer oder ich weiß nicht genau, was das ist. Oh, bin ich... Bin ich... Hallo? Ha, 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 ha. Na komm schon, Terrain. Downloade dich doch mal schneller jetzt. Okay, ich bin da. Aber ich bin nicht bei dir. Äh, wo bist du, Käse? Keine Ahnung. Äh, ich bin 330, 207. Äh, ich bin 1300 und 501. Um Gottes Willen. Ich bin voll weit weg. Ähm. Oh, ich bin in einem riesigen Wald. Cool. Wo bist du denn, Käse? Ich bin in einem riesigen Wald, Timscher. Zeig mal deine Karte, Käse. Dann kann ich hier ungefähr anzeigen, wo du bist. Du müsstest... Ich bin da weiter östlich, glaube ich. Hier, das ist das, wo wir waren, glaube ich, hier, oder? Willst du sein? Äh... Kann es sein? Das kann sein, ja. Bist du da drüben? Ja, genau. Da hinten bin ich, ja. Ganz genau. Soll ich dir entgegenkommen, Käse? Ja, das ist jetzt die Frage. Um dich zu retten. Was wollen wir jetzt, Scheiße? Was wollen wir jetzt? Ja, ich rette dich jetzt, Käse. Hier sind Palmen, ja. Davon haue ich erstmal ein paar um. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt retten solltest, Timscher. Natürlich, ich muss dich retten, Käse. Sonst gehst du mir verloren und dann ist die Katastrophe perfekt. Ach so, super. Jetzt unser ganzer praktischer Kram ist in den Kisten drin. Ja, da können wir ja gleich wieder hingehen, nachdem ich dich gerettet habe. Ja, ich überlege jetzt halt, was ich jetzt hier geschwitten mal machen soll. Ich komme und rette dich, Käse. Ich bin auf dem Weg. Wir müssen sowieso unseren Kram aus den Kisten wieder einsammeln, ja. Also so gesehen werden wir uns in der Mitte auf halbem Weg treffen einfach, oder? Und ich schleiche hier heimlich durch die Landschaft irgendwie, ohne dass mich jemand sieht. Heimlich? Ich bin wie ein Schattenkrieger. Ehrlich? Ja, ja. Abgefahrener Scheiß. Weißt du, was ich irgendwie gestern im Fernsehen gesehen habe? Nee, was denn? Auf irgendwie Kabel oder so. Ultraviolet. Ultraviolet? Ein ganz furchtbarer Film. Alter, wie schlimm. Kannst du nur empfehlen? Kann ich nur empfehlen. Blöd, bitte unbedingt gucken, der ist so super. Also Tipp vom alten Timscher. Ultraviolet ist ein super Film. Oh Gott, mit der Mila Jokovic oder wie auch immer. Jovanovic. Jovanovic. Ey, die rennt so gelangweilt durch den Film. Es war echt ein unglaublicher Schrott. Keine Ahnung. Hier ist eine Kiste. Ich traue mich nicht da reinzugehen und die aufzumachen. Ich mache es aber trotzdem. Es wartet nur der Tod. Da falle ich bestimmt wieder irgendwo runter, aber ich mache es so weit entfernt. Wieso? Lederstiefel. Ich brauchte dringend Stiefel. Also wunderbar, hat sich schon gelohnt. Was denn?